Wie stressig war es insgesamt? Überhaupt nicht. Das war richtig gut. Vorneweg war es ziemlich stressig, als ich den Drehplan das erste Mal runtergeschrieben hatte und draufgeguckt habe. Da habe ich gedacht, okay, wir geben einfach gar nicht erst ab. Jetzt kommt es. So, Mail holt. Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir haben noch 48 Stunden Zeit. Lasst uns einen Film machen. Liebe Filmteams, die Welt ist da. Freut euch auf folgende Aufgaben für den Wettbewerb 2018. Das Thema eures Film soll sein magisch. Nein. Ich war nur von Jugend an Schienenfreund. Niemand weiß so genau, warum. Meine Frau habe ich mal gesagt, eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass ich im früheren Leben mal Eisenbahner war. Meine Frau sagte, das reicht nicht. Du hast wahrscheinlich im früheren Leben die Eisenbahn erfunden. Nein, nein, nein. Und die nehmen wieder das Sewer. Ich dachte ja früher, weil das die Sylinder holt und er wäre nur 6 und 3. So, also Monitor ist sicher, seid ihr bereit zum Drehen Jux? Sehr schön, dann lasst uns drehen. Ruhe bitte zum Drehen. Dann ist aber nicht der Salonwagen, sondern ich glaube die Holzklasse. Ja, aber hinten im Salonwagen sind doch so herzklasse. Dann gehen wir rein. Wir waren gestern ziemlich langsam. Ich hoffe, dass wir heute ordentlich Tempo kriegen werden. Jedes Jahr wird auch dieses Jahr irgendwie klappen, da sind wir recht zuversichtlich, weil wir euch haben. Wir haben ein ganz krasses Pensum. Wir müssen heute 48 Einstellungen schaffen. Und die meisten davon ist im Sonnenuntergang. Und sonst nochmal großartig, dass ihr da seid. Vielen, vielen, vielen Dank. 30 Stunden und 33 Minuten nach dem Film machen. Und immer noch Bock. Natürlich. Ich meine, wir überlegen jedes Jahr wieder. Sollen wir nochmal? Und dann kommt so irgendwann die Jahreszeit und dann denken wir, ach, natürlich, warum nicht? Und es hat letztes Jahr auch irgendwie Spaß gebracht. Das Trieben. Ja, es macht ja auch ein bisschen süchtig. Das Trieben. Geruch. Da steht das Tretball. Geruchte. ways. Ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Du waren gleich getritten. Du waren gleich getritten. Sven, ich finde das offen besser. Ja, das ist eigentlich klar. Das ist dann links hoch. Noch ein bisschen. Sind wir? Was fragt man? Das ist ja auch ein bisschen dabei. Sven, das geht nicht. Ja, das läuft tatsächlich super. Wir haben für diese eineinhalb Stunden geplant sind 20 Minuten dabei. Der aufwendige Teil davon ist schon fast gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist das, was ihr machen könnt. Bei Frisuren bin ich tatsächlich traurig. Ja, ja, ja. Ich würde das sonst mal da hinten irgendwie... So was? Ja, aber das ist ja erst hoch, weil ich hab hier ja schon vier. Ja, sie sucht sie erst hoch. Ich hab leider keine mehr. Das ist echt krass. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wir konnten schon ein bisschen vorarbeiten und dann, als alles da war, kamen dann Torben und Oli dazu und am Ende haben nochmal rübergeguckt und dann war irgendwann heute Morgen um halb sieben, war Picture-Log. Und hat alles geklappt? Bist du zufrieden? Ja, sehr, sehr zufrieden. Das hat alles geklappt. Also dieses Jahr wirklich, das war schon fast verhext, das lief wirklich super. Sonst passiert noch irgendwas, irgendwas Unvorhergesehenes, war gar nicht, war alles super. Das war's. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.